Nach dem weltberühmten Roman von Jane Austen freuen Sie sich auf die zauberhafte Verfilmung von Stolz und Vorurteil und Zombies. Mein ganzes Leben lang wurde ich auf das hier vorbereitet. Meine Töchter wurden für den Kampf ausgebildet, Sir. Nicht für die Küche. Eine Frau muss über profunde Kenntnisse im Gesang verfügen, im Tanz und in der Kriegskunst. Ich würde für einen Ring niemals auf mein Schwert verzichten. Für den richtigen Mann vielleicht doch. Der richtige Mann würde das nicht verlangen. Wir waren geboren. Wir waren geboren. Wir sind schon fertig. Wir sind in Spaste. Wir sind im Gegenteil. Wir bleibst準備 mit 8 Jahren Matschke, und glaubwürdig, Wir sind so einfach mein Problem. Sie sind untot. Ich bin gekommen um ihn. War das jetzt schon der geilste Tag? Lass mich noch viel geiler. War das jetzt schon der geilste Tag?